Ich versteh's einfach nicht, dass so eine hübsche junge Frau wie du ohne Mann darstellt. Das ist die Uniform. Da haben die Männer Angst. So ein Schmarrn. Jetzt hab's tun schafft. Hast du deinen Eltern schon gesagt? Es ist aber schon klar, dass in ein paar Wochen unser Kind kommt. Naja. Niemand darf uns zusammen sehen. Maria und ich, wir werden eine Familie. Müsst du eine Tochter von unserem Boss, Donatella? Was dann? Donatella hab ich das letzte Mal gesehen in der Eichstilie in Neapel. Da war ich fünf. Die haben heute einen Toten aus der Odelbube gezogen. Was hätte ich denn mit dem machen sollen? Zersägen, begeistern, einkochen, was weiß ich. Es gibt Lebensumstände, da fordert einen die Unvernunft geradezu heraus. Er ist doch sensibel wie... ...ein Mädchen. Ja, Frau Pavlovitsch. Was soll denn das mit dem Quer? Wir haben doch eine Leiche. Dafür brauchen sie aber einen Waffenschein. Ja, sicher. Hab ich. Den von meinem Mann? Chaco, wo bleibst denn du? Du hast etwas dazwischengekommen. Ein Todesfall. Du kannst nicht einfach machen, was du meinst. Was sagst du jetzt? Sagst du dir auch? Wir haben das doch schon hundertmal durch. Vielleicht war was mit seinen Spermien. Wenn die genauso fad waren wie er. Was haben sie denn da? Nur Wurscht. Mortadella to go. Ist beschlagnahmt. So bitte. Spermien Nee. Haben keine Ahnung zu겠plo tun! Boa nast patsch,... Ich schiack, zu dicke Leipzig und dachte so, auch lernen, sie kennenlernen. Deshalb lieb das bereits izado.